Ich wollte schon immer was Handwerkliches machen. Wenn ich was mache, was ich auf Nacht heimgehe, dass ich mir das anschauen kann. Das ist für mich ein Handwerk. Das Schöne ist am Brauerberuf, dass man handwerklich arbeiten kann. Die Holzfasseln ist ein alter Brauch und den lässt man nicht sterben. Das ist einfach nur eine richtige Brauerei, wo Handwerk noch geöffnet wird.